und wir sind auch wieder zur ersten episode von map 3 von heretic natürlich darf ich nicht vergessen zu erwähnen so wir sind in einem raum und der raum hat natürlich wieder vögel das heißt die waffe gibt es hier gleich von anfang an grüne munition gibt es ja auch lol gibt es schon alle waffen von anfang an hier gleich oder was ist hier noch ein neues viele fische so hier vorne war noch ein bisschen munition sehr schön ok dankeschön das ist doch geil offener raum mit 10.000 vögeln die haben noch einen vogel ok erstmal den gegner ausdecken wollt ihr mich nein 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 da war jetzt gerade kein 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 totenkopf ich habe kein bock mehr mein leben ist verstört ihr wollt nur verarschen nein das beziehungsweise ich möchte hier perfekt durchgeschossen ich will immer viermal schießen weil wir am anfang doch herausgefunden haben dass man viermal schießen muss aber im vierreichen dreimal doch aus 1 2 3 jetzt wieder viermal ich verstehe das nicht ich sag's ja das ist hier also dieses angriff system ist hier komplett random bei den vögeln da genauso mal reicht ein schuss aus und direkt am boden und man musste vier fünfmal schießen so wie kommen wir nicht drauf aber das sind treppe da kommen wir rauf scheiß fiederviech ok also ich sehe gerade wir bekommen hier echt alle waffen gleich von anfang an sogar die handschuhe bekommen wir von anfang an ist natürlich ein bisschen nice gut da kommen wir nicht drauf scheiß vögel gut darum geht es auch noch weiter ach du scheiße das war kein richtig man da würde ich mal alle gehen jetzt einmal anlocken und wieder übernommen dabei also die waldfee was ist denn hier los macht was auch heute so wow und mittel gut bleibt man doch lieber bei der hier da verliegt hier meine munition oh gott oh gott hier sieht euer scheiß ernst das ist der gelbe schlüssel dann schauen wir ihn an kein secret ist ja lame vielleicht finden wir die ja damit so ab jetzt legst du räumchen da kommen wir nicht durch halt da machen wir die gleiche farbe mit dem scheiß holz hier ok ich merke schon wir nehmen mal lieber von der roten waffe ein bisschen gebrauch da ich da irgendwie überschätze ich diese roten waffe hier immer wieder ich war auch doch ganz schön lange bis sie die gegner mal ein bisschen gegrillt hat so kommen wir nicht durch ach lecker konnte aber schon vergessen hier und schon wieder voll das heißt also lieber viel zwar zwar schwach aber dafür zumindest macht sich munition also ne es war schwach aber dafür kriegen wir macht sich munition so jetzt sind wir wieder hier am anfang wir haben die gelben key ach so genau richtig da war das klar klar war das klar weg ja obwohl einfach verschwendung egal hier liegt doch genug munition davon rum von daher so ist haben wir den grün bekommen das passt natürlich perfekt Zufall ich glaube ja wohl nicht das ist nur für einer oh rosa feierbälle scheiße um ein neuer gegnertyp zu sein und da ist ein secret nein ach das war am start direkt ah lol ok ach alter ist ja schon schnell ich habe noch kein einziges secret gefunden das ist das klar aber gut wahrscheinlich ist das hier ein secret ist da 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 auch nicht was können sie gut sein da alter kann ich ja bitte hier normal laufen wie ein normaler mensch dankeschön rrrr kriegst damit weiter ok das war der rum der wund dafür noch zu war nein ich fick dein leben und weiss gleich damit oh da unten geht es weiter die ist noch nicht oh gott also ich muss schon sagen die gegner auswahl ist echt abwechslungsreich man hat immer eine bunte auswahl zwischen roten vögeln roten vögeln und roten vögeln so richtige hass fein kann das sein oh nein ok die map die möchte mich ein bisschen ähm was nehmen wir da am dümmsten ich nehme mal die hier ich sehe es heute auch wieder vier besser ob das schon ist hier danke so aha schau mal an ich hätte noch ein secret schon mal gefunden und was anderes vielleicht nehmen wir das auch noch hm also laut katern wäre das aufgedeckt das heißt das letzte secret ist eins was auch in der map nicht vertreten ist will ich jetzt danach suchen ich weiß nicht boah komm wir gucken mal nach ein bisschen grüner munition und währenddessen können wir gleich mal hier will ich doch um ran ist das womöglich das geheimnis für das secret und ich komme da gar nicht ran ich komme jetzt schon mal hinterfragen ach ein buch na gut hat ja echt voll viel gebracht Ah Ich habe das schon noch gekocht, ja ja komm, ist egal, ab nach hause, ab ins Ziel, wo ist das Ziel, da ist es hier, nein, da ist es hier das war genau die falsche Richtung, danke dafür so, coole Motions haben wir jetzt voll, alles andere war auch voll oder auch nicht, von der habe ich auch gerade noch was gesehen war hier nicht so, coole Motions nee doch, doch gut okay brauchen wir zwar nicht, weil das leider das Item ist, was nach jedem Level sowieso verschwindet, egal ob man mehr als eins hat oder weniger als eins oder nur eins Ego, so, ja, dann kommen wir in den nächsten Mal aber das dann auch erst in der nächsten Folge in dem Sinne, äh bis dann, schau mal drauf 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 Vielen Dank.